Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Daily Dose und zwar Cat Politely Asks Man for Pets Ich hab keine Ahnung, wir fangen an Okay, was hat die gemacht? Was macht die da? Asks Man for Pets Also sie hat ihn nach Haustieren gefragt Oder was Was war das jetzt für ein Clip, Alter? Einfach ich, wenn ich morgens auf war Oh nein Ein Fotografer hat den Nachtsky, als er ein Train von SpaceX-Satelliten zusammengezogen hat Ja, das hab ich auch schon mal gesehen Zwar nicht so gut wie hier, aber Dieser Zug an Satelliten, ja Den hab ich auch tatsächlich schon mal gesehen Krass Das hat eingefangen Stark Stark Diese Person hat ein K So, geht's dir gut? Schlaganfall? Aber er fährt ja voll gut, ne? Warum? Digga, das ist das Motive. Hier ist ein Video von mir, ein Science-Experiment. Darf man das eigentlich? Als wenn man in die richtige Richtung fährt? Rückwärts fahren? Wenn du Baking-Soda und Pore... Warum leckt man ein Video? Eins und eins. Runder von meinem Rasen. Hier ist ein Video von mir, ein Science-Experiment zu versuchen. Wenn du Baking-Soda und es in eine Kette von Ketchup kannst du es explodieren. Du kannst es explodieren. Hä? Digga, was ist denn los hier? Jetzt aber. Okay. Krass. Alle Jungs am 1. Dezember. Ohohohohoho. This archer is skilled enough to curve an arrow on demand. What? The fuck? Alter. Um die Tonne kann der schießen, dass die sich so drehen. Alter, was ein kranker Typ, man. Eww, Junge, er zielt sogar, er zielt ja Richtung die Tonne, aber schneide den irgendwie an, dass er rumfliegt. Das ist, Alter, das ist anders krass. Oh, der ist echt. Okay. Ein kontrolliertes Auto in dem Hundepark. Boah, hätte ich vollschissen ums Auto, man. Ah, das Auto wird freckt. Oh, das Auto wird freckt. Let's up. Oh, das Auto wird... Ah, das wird nicht gut. Regular rocks, but they change colors when you shine a light on them. These are actually ancient pieces of glass that were shaped by being in the ocean for hundreds of years. Oh, das sind eigentlich so Glasstücke. Okay. Krass. Krass. Diese Person hat einige wirklich lustige Fenster gefunden. Das ist der Ende dieses Videos. Ich hoffe, dass ihr es Spaß habt und ich sehe euch wieder sehr, 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 sehr. Later. Okay, geil, das war's von der fünften, glaub ich, fünften Daily Dose Folge. War cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.